Große Panik und eine massive Hysterie in den Reihen der antirussischen Hardliner hier in Deutschland. Also jetzt in diesen Tagen drehen sie ja wirklich komplett durch. Und damit herzlich willkommen hier vom Kanal Russische Welt TV und zu diesem weiteren Video. Ja Freunde, eine massive Panik auf der Titanic. Also Titanic, die Analogie wie ich finde, passt auch hier in diesem Fall sehr gut. Dazu komme ich auch später nochmal. Also in dieser ganzen Blase von Experten in Anführungszeichen von sonstigen antirussischen Hardlinern. Da ist ja jetzt in diesen Tagen nun wirklich die Hölle los. Unter anderem jetzt auch auf X und auch auf anderen sonstigen Plattformen, sonstigen Publikationen. Da drehen sie ja alle jetzt gerade komplett am Rad. Und sie schlagen wirklich alle Alarm in Bezug auf die militärische Situation an der Ukraine-Front. Also ich kann euch jetzt heute nur einen Bruchteil dieser Publikationen präsentieren, weil einfach die Flut an derartigen Post gerade einfach so extrem groß ist, dass ich ansonsten einfach drei Tage hier sitzen müsste, um sie alle für euch irgendwie zusammenzutragen. Da habe ich mir jetzt heute mal die allersaftigsten für euch mal rausgesucht. Und anfangen möchte ich heute mit einem Post von Nico Lange. Den kennt er sicherlich auch schon viel. Er ist auch irgendwie ein Experte. Ich weiß jetzt nicht genau mehr, was er genau macht. Aber der taucht auf jeden Fall auch sehr häufig in verschiedenen Fernsehsendungen auf. Und ich werde jetzt heute nur einen Ausschnitt nehmen, zum Beispiel den wichtigsten und wesentlichen Ausschnitt nehmen aus seiner ellenlangen Publikation jetzt. Ja, ich glaube ungefähr vor zwei Tagen muss das gewesen sein. Und zwar schreibt er hier unter anderem, die Lage an der Front im Osten ist für die Ukraine die schlechteste seit der kritischen Phase zwischen April und Juli 2022. Der wichtigste Grund dafür ist der eklatante Mangel an Artilleriemunition und Luftverteidigung entlang der Frontlinie. Weitermachen möchte ich hier mit einem Herrn Moritz Gartmann. Er ist Reporter bei Stern. Der war nach eigenen Angaben ebenfalls jetzt in der Ukraine unterwegs in der letzten Zeit und schreibt hier auf X folgendes. Nie kam ich mit so großer Sorge von einer Reise in die Ukraine zurück. Das Land befindet sich in einem Tief, sowohl bezüglich der Stimmung als auch an der Frontlinie. Nadelstiche gegen russische Raffinerien und Kriegsschiffe weit hinter der Front können darüber nicht hinwegtäuschen. Man spricht in unterschiedlichen Kreisen über die realistische Möglichkeit einer Niederlage und die möglichen Folgen. Verlust von weiteren Gebieten, Morde. Die Bereitschaft zu Verhandlungen wächst, auch zu schmerzhaften Kompromissen. Aber allen ist klar, dass die Verhandlungsposition wohl nie so schlecht war wie jetzt. Die jüngst von der EU bewilligten Hilfen sind ein Hoffnungsschimmer. Aber die Menschen schauen fassungslos darauf, was sich in den USA abspielt. Opfer Trump und mit ihm die Republikaner. Für seinen Wahlsieg die Ukraine und damit das Leben vieler Ukrainer. Die Soldaten an der Front rennen nicht davon. Aber sie sind nach zwei Jahren Krieg und diesem Winter in Verteidigungskämpfen mit immer weniger Munition völlig erschöpft. Der politische Streit um Demobilisierung in Kiew, der ihnen Demobilisierung ermöglichen würde, frustriert sie zusätzlich. Aber Präsident Zelensky fürchtet sich, diese notwendige Entscheidung offensiv zu verteidigen. Ja, für euch notwendig, klar. In gewisser Weise hat sich das politische Leben der Ukraine wieder normalisiert. Es gibt Streit zwischen den politischen Kräften. Es wird offen über Probleme gesprochen. Der Präsident darf wieder attackiert werden. Aber es ist definitiv nicht das, was die Ukraine braucht in dieser ihrer Existenz bedrohenden Situation. Also, dass der Präsident irgendwie attackiert werden darf, das sollte doch eigentlich Normalzustand sein in einer Demokratie. Und angeblich ist ja der jetzige ukrainische Staat das Paradebeispiel für Demokratie. Da wird sie ja verteidigt, die Demokratie und die westlichen Werte. Aber naja, ist die Lage wirklich so dramatisch, wie es scheint? Oder ist es nur ein Ausschlag der emotionalen Schaukel, auf der die Ukrainer seit zwei Jahren sitzen? Es fällt schwer, nicht in Defettismus zu verfallen angesichts der Lage. Gründe zu mehr Optimismus nehme ich gerne. Ja, davon wird es höchstwahrscheinlich nicht ganz so viele geben, lieber Herr Gartmann. Dann hat sich ja auch jetzt in diesen Tagen der gute Herr Scholz sehr viel zu Wort gemeldet. Zunächst hat er ja einen Artikel verfasst, einen Gastbeitrag für die Washington Post. Es gibt aber auch diesen Artikel in deutscher Sprache auf der Seite der Bundesregierung. Ich werde ihn jetzt natürlich nicht komplett wiedergeben, weil der besteht jetzt auch wieder zu 99 Prozent aus leeren Floskeln. Von wegen hier russische Gefahr. Transatlantische Partnerschaft, Munition fehlt, Hilfe der USA ist so wichtig und wir werden die Ukraine weiter unterstützen und so weiter. Also die üblichen Floskeln und Mantras. Ich scholze jetzt! Ja und die Überschrift, also der Titel dieses Artikels, finde ich auch wieder sehr bezeichnend, wo es heißt, ein russischer Sieg in der Ukraine wäre eine Gefahr für uns alle. Also wen meint er hier mit uns alle? Also wenn er hier sich selbst meint, Inge Baerbock, Biden und so weiter, dass die dann nicht mehr an der Macht wären, gut, was die sowieso höchstwahrscheinlich auch bald nicht mehr sein werden, dann hat er natürlich recht. Aber für die meisten Menschen trifft das auf jeden Fall nicht zu. Zumindest ist das so meine subjektive Einschätzung. Ja und dann gab es ja auch kurz darauf den Tweet von Herrn Scholz, wo er unter anderem auf das Interview von Putin reagiert hat und diesen Post beendet hat mit dem üblichen Mantra, wir stehen weiterhin fest an der Seite der Ukraine. Da hat dann auch unser Freund Julian Röpke direkt unter dem Post von Scholz kommentiert und werden auch weiter weder Qualität noch Quantität an Waffen liefern, die der Ukraine zum Sieg verhelfen würden. Für ein extremes Geschrei hat jedoch ein anderer Beitrag von Herrn Scholz gesorgt und zwar hier dieser Video-Ausschnitt im Rahmen seines Besuchs in den USA bei Biden. Wir sollten nicht drum herum reden. Für die Frage, ob die Ukraine in der Lage sein wird, das eigene Land zu verteidigen, ist die Unterstützung aus den vermittlungsstarken und unverzichtigen. Meine Damen, meine Herren, ich darf mich... Und genau diesen Ausschnitt hat auch wiederum unser Freund der Herr Röpke bei sich auf sein Profil geteilt mit der Überschrift Scholz bedingungslose Kapitulation. Gleichzeitig diente dieses Video aber auch als ein Startschuss für ein verbales Duell, beziehungsweise wie man das jetzt heutzutage sagt, für ein Battle zwischen dem CDU-Politiker Norbert Röttgen und dem Bild-Reporter Paul Ronsheimer. Angefangen hat das alles damit, dass Norbert Röttgen ebenfalls dieses Video geteilt hat und geschrieben hat, der deutsche Bundeskanzler teilt mit, dass die Ukraine ohne US-Hilfe verloren ist. Was für ein katastrophaler Defetismus. Er versucht nicht einmal, Europa in der Verteidigung von Freiheit und Sicherheit zusammenzubringen. Es ist unser Europa. Es liegt an uns, es zu verteidigen. Und da hat sich der gute Paul Ronsheimer, der Bild-Reporter, direkt gezwungen gesehen, darauf zu reagieren. Und er schreibt hier, die deutsche Opposition versucht auch in wirklich jedem Statement des Kanzlers zur Ukraine irgendeinen Skandal zu finden. Die Wahrheit ist, ohne die USA würde es, stand jetzt, extrem schwer werden für die Ukraine auf Dauer. Das ist seit Beginn des Krieges klar und wurde auch hier immer wieder intern bestätigt. Europa hat insgesamt zu wenig Rüstungsvorräte, vor allem Munition, um da sofort einspringen zu können. Daran, lieber Herr Röttgen, ist übrigens vor allem auch die CDU unter Merkel schuld. So wie die vielen CDU-CSU-Verteidigungsminister. Wenn wir uns anschauen, was andere Staats- und Regierungschefs in der EU gerade nicht machen, dann ist das Problem nicht in erster Linie Olaf Scholz. Ja, er sollte Taurus liefern. Ja, die Produktion ist zu langsam. Ja, er war und ist zögerlich. Aber der Krieg ist in einer dramatischen Phase. Da sollte sich auch die Opposition mal mehr überlegen, als Scholz ist schuld. Und die Antwort von Herrn Röttgen folgte prompt. Liebe Herr Ronsheimer, ist es mehr als möglich, dass die USA nicht mehr liefern? Das wissen Sie so gut wie ich. Welche Wirkung hat da wohl die Botschaft des Kanzlers? Europa kann es alleine nicht? Die Opposition ist hier sicher nicht das Problem. Dann wiederum Ronsheimer. Aber was ist denn, wenn das die Wahrheit ist? Selbst wenn Deutschland weitere Munition gibt und auch EU-Länder mehr, würde es momentan nicht reichen. Weil es keinen Ausbau gab, wofür man Scholz und andere EU-Regierungschefs kritisieren muss. Aber das ist ja Realität. Und dann wieder Röttgen. Das Bruttoinlandsprodukt der EU ist siebenmal so groß wie das Russlands. Gut, ich wäre mir da nicht mehr ganz so sicher jetzt zum jetzigen Stand. Aber gut, lassen wir das mal so stehen. Wir haben mehrere große Rüstungsindustrien, die hochfahren können. Warum sollte die EU es nicht alleine schaffen, wenn sie es denn will? Nichts davon hat er gesagt. Er hat gesagt, wir können es nicht. Und Putin freut sich. Ja, ich glaube, Putin freut sich gerade nicht nur darüber. Aber unter anderem darüber. Ja, also wirklich sehr amüsant. Es scheint sich ja hier um erwachsene Männer zu handeln. Aber irgendwie kommt man das ein bisschen so rüber, als wäre das hier die Krabbelgruppe oder sowas. Aber gut, Sie werden schon wissen, was Sie hier tun. Bleiben wir hier an dieser Stelle auch direkt bei dem guten Herrn Ronsheimer. Der hat nämlich jetzt gerade heute einen neuen Bildartikel veröffentlicht über die katastrophale Lage an der Ukraine-Front. Auch hier kurz einmal die wichtigsten Ausschnitte. Zunächst einmal die Überschrift. Kaum noch Munition. Putins Truppen greifen an. Kriegskrise in der Ukraine. Paul Ronsheimer an der Front. Es ist wohl die größte Kriegskrise der Ukraine seit dem russischen Angriff auf Kiew 2022. Und niemand weiß, wie schlimm es noch wird. Schlecht ist gar kein Ausdruck für die Dramen, die sich zwischen Kiew und dem Kriegszentrum im Osten abspielen. Zwischen politischen Machtkämpfen und tapferen Soldaten an der Front. Zwischen Durchhalteparolen aus dem Präsidentenpalast und leeren Munitionskisten an der Front. Zwischen wir müssen gewinnen und sollten wir nicht doch verhandeln? Die Ukraine steht kurz vor dem zweiten Jahrestag des Angriffs. Am 24. Februar wird das Land zurückblicken und nach vorne schauen. Die Ungewissheit und Frustration in diesen kalten Wintertagen ist groß. Ich habe als Reporter in der Ukraine so eine Stimmung wie jetzt seit dem großen Angriff im Jahr 2022 nicht mehr erlebt. Die Frage ist, ob die ganze Dramatik in Washington, Berlin und Paris wirklich schon verstanden wurde. Ja, wie gesagt, das waren so die wichtigsten und wesentlichen Ausschnitte. Da gibt es natürlich noch viel mehr, was da geschrieben steht. Könnt ihr auch gerne nochmal nachlesen. Aber ich werde euch das jetzt vor allem aus Zeitgründen auch ersprachen. Also auf jeden Fall sieht es ja offensichtlich sehr, sehr düster aus. Nach den Schilderungen unter anderem vom Herrn Paul Ronsheimer. Und jetzt noch zum Schluss noch einmal der Oberknaller. Viele von euch haben es ja sicherlich schon mitbekommen. Und zwar die Forderung des CDU-Politikers Herrn Roderich Kiesewetter mit westlichen Waffen das russische Kernland anzugreifen. Was das dann am Ende zu bedeuten hat. Welche Folgen das am Ende haben wird. Das ist ja denke ich mal für alle hier mehr als offensichtlich. Der Krieg muss nach Russland getragen werden. Russische Militäreinrichtungen und Hauptquartiere müssen zerstört werden. Wir müssen alles tun, dass die Ukraine in die Lage versetzt wird, nicht nur Ölraffinerien in Russland zu zerstören, sondern Ministerien, Kommandoposten, Gefechtsstände. Es wird an der Zeit.